Christoph Harting, ich denke, du würdest einen anderen Session für heute Morgen vorstellen. Obviamente. Ja, ich habe das gemacht. Kannst du uns erzählen, was passiert? Natürlich nicht. Ich versuchte, was passiert ist und ich kann nicht eine Erklärung finden. Mein Gefühl war absolut großartig, ich war stark, ich war schnell. Die Trennungen waren ziemlich rund, ziemlich schwer. Die einzige Sache, die wir missen hatten, war, in Deutschland sagen wir, nicht zu Ende getanzt. Das bedeutet, dass es nicht tanzt bis zum Ende. Ich weiß nicht, wir müssen die Videos anschauen und reden mit dem Trainer. Vielleicht finden wir ein Fehler, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen wie, dass es nicht die Trennungen enden. Und es ging immer wieder in die Trennungen. Ja, es war immer in die Trennungen. Und das ist eines meiner grundlegenden Trennungen, ich glaube. Auch in der Trennungen gibt es oft, ich glaube. Aber wiederum, es muss nicht ein Problem in der Trennungen sein. In der Trennungen muss man das tun. Und heute? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nach dem Trennungen? Was ging dann in die Trennungen? Weil die ganze Publikum dich unterstützt hier in Berlin. Die Frage? Was ging dann in die Trennungen nach dem Trennungen? Ja. Ich habe mir gedacht, was das derlandse Trennungen passiert. Was da eigentlich? Ich war nicht schockiert. Aber nach dem ersten Trennungen, die waren irgendwie falsch. Es wurde mir gedacht, dass es vielleicht sein kann. Aber es wird nicht sicher, dass man das nicht mehr verstanden. Und nach dem ersten Trennungen war ich ... F***! Das erste Punkt, das mich auf der Rückseite kam, war F***! Kann ich mir vorstellen? Ja, es war. Unnecessary, einfach unnecessary. Und für jetzt, die Publikum, die dich unterstützt, du bist in Berlin, die die Championship haben. War das das größte Event für dich dieses Jahr? Ja, das war definitiv das größte Event des Jahres. Und ich will missen, wenn der Stadion über und überrascht wird. Weil ich glaube, der Mood, der Gefühl, wenn der Stadion in einem Stadion in der Nachtsession ist komplett anders als die Morgen Session. Und ich würde wirklich lieben, dass der Stadion da, aber ich missen.